So, 14. August 2021. Jetzt schauen wir, was wir alles hier haben. Wir müssen hier noch ernten. Wahrscheinlich sind das keine Prebos und keine Hauptwerken, sondern nur eine Spate no Cabe zwischen Teigern. Ja, man kann es essen, aber nicht besonders gut. Kannst du essen? Nicht besonders gut. Heute hat das mit Dings hier, haben wir uns hier noch entpflanzen. Und da schaut es fürchterlich aus. 31 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Mit neuen Schätzen. Dafür schaut es da unten gut aus. So, und die Trevolte. So, dann Blumen. Und hier die neuen Pflanzen, die Goldene. Das ist eigentlich schon reif.